Das heutige Klassiker-Einladungsrennen hat zwar keine direkten Auswirkungen auf die Formel-1-Meisterschaft, aber bei dem Ruf, den die Fahrer zu verteidigen und vielleicht sogar zu verlieren haben, ist ganz klar, dass sie unbedingt zeigen wollen, was sie können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020